Hi und Willkommen zur Aufwärmrunde mit Berchi, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Hallo ich bin Berchi. Ich nicht. Ich bin aber kein Glücksbärchi, ich bin das Gegenteil, der Anti-Glücksteuer. Ich hoffe nicht, dass man das gehört hat. Was denn? Okay, gut. Das Rülpsen? Nein, nein, das war was ganz anderes. Mir wurde gerade ein Video geschickt, bei dem alles kommt, übersteuert wurde, bewusst. Man konnte das Video nicht beenden. Cool. Der wurde erstmal gebadet. Ich bleibe hinten. Kannst du ihn voll bitte beleidigen? Ja, echt mal. Aber musst du dann was schreiben, wie deine Mutter ist fett oder so? Ey, 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 ey. Der musste doch, musst du so schreiben, jammern. Nein, ich nenne den Sonntagseinkäufer. Hallo übrigens. Das Sonntagsbrötchen. Sonntagsbrötchen. Wir haben den Ball getroffen. Aua. Die schleicht, Barry, die schleicht. So, der kommt gut, komm. Ja, komm, komm, den, 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 das geht da. Ey, wieso? Das sieht von hinten so grausam aus. Der Ball rollt einen Millimeter vor der Torlinie lang und nichts passiert. Wieso? Alle sieben Leute springen daneben. Das ist eine Lüge. Ich hab den schön hingeführt, was soll das? Ja. So lange sind wir widerwärtig. Ganz klar. Eber widerlich als widerlich, nicht? Stimmt. Ja. Oh, schlecht. Besser auf dem Stuhl eingeschlafen als auf dem Stuhl eingestuhlt. Ach, egal. Eber im Schlaf eingestuhlt. Lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Darm. Genau so ist es. Ach, stimmt. Ach, stimmt. Ja, auch nicht. Ach, meine eigenen Mitspieler wieder. Wer war's? Ja, das ist das Problem in diesem Spiel, ne? Kenn ich. Wer war's? Jetzt gibt's die Bestrafung. Scheiße, ich würde auswandern, Jungs. Du musst nach Afrika, da gibt's Bananen. Oh, ja. Ich mach mir ne Plantage auf. Ich roll auf der Seite lang, geil. Rutsch, ich roll. Nein, roll, bloß Räder. Nee, ich bin auf der Seite liegend über das halbe Feld gerutscht irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst. Das kenn ich auch zu gut, wenn ich an der Seite rumfahre. Nicht an der Seite, ich bin auf dem Boden lang gerutscht. Ja, ich versteh trotzdem, was du meinst. Nee, nee, es reicht's. Okay. Jetzt ist aber gut. Okay. Du sagst jetzt, dass du's nicht verstehst. Es tut mir leid, ich hab's nicht verstanden. Nein. Ja, dann hör doch mal zu. Nein. Das klingt ja schon fast wie so... Stark, Baby. Stark. Thank you. Du hast so'n Papp-Vater-Sohn-Gespräch. Du hast es nicht verstanden. Doch, ich hab's verstanden. Nee, hörst du nicht. Nee, weil du dir zuhörst. Hey, hör doch. Du hörst nicht zu. Du Bengel. Du hörst nicht zu. Du kriegst nix zum Vatertag. Du kriegst nix zum Geburtstag. Du kriegst nix zum Geburtstag. Das sag ich dem Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann existiert nicht wirklich nicht. Ich bin der Weihnachtsmann. Was war das? Mary, der Weihnachtsmann existiert. Existiert nicht. Rekos hat gesagt, du existierst nicht. Die Welt wird zerbröselt von Victor next. Nein. Du musst zerbröseln die Welt denn mal? Was ist die Welt? Das hab ich von meinem Vater nicht gelernt. Alles dreht sich um die Erde. Ah. Lass, 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 lass. Ja, stimmt. Alles dreht sich um mich und die Erde dreht sich um mich. So herum. Ah, ich hätte ihn gekommen, das hat aber irgendwann geschossen. Nein, ich bin in den Chat gekommen. Was? Nein, ich war ein fähiges Stößt. Das war ein Reflex. Ja, wir sehen mich grad krasslich. Oh, der ist schön. Der ist schön. Ball haben will. Ball haben will. Ball gewollt haben. Ball gewollt haben. Ball gewollt. Oh, ich war da dran. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh mein Gott. Zellus hat mehr Angst gemacht. Ich wollte auch nicht meine Mitfahrer behindern. Nee. Das ist der Lüge. Das ist der Lüge. Ich wollte Zell aus so fett umfahren. Halt kurz, 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 weg. Ja, zum Beispiel zu schnell, hätte ich die Wettel in niedriger Geschwindigkeit dran lassen. Ah, ist gut, ist gut. Fuck. Ich bin hinten. Aufpassen. Meins. Doch nicht meins. Meins. Meins? Mach mal meins. Meins. Und so was von meins. Und. Der ist nicht drin. Scheiße, ich hab nicht auf den vorne hingewiesen. Nein. Ich auch. Jetzt geht's. Ich bin kurz. Ich bin sogar neben dem Ball einfach stehen geblieben. Guck euch das mal an. Guck mal, da komm ich angedüst. Da komm ich angedüst. Das ist geil ey. Alle wollten sie, alle wollten sie den Ball haben. Teufelsdreier, Teufelsdreier war das. Ist niemals ein Ball vom Tor stehen. Das war aber der Teufelsdreier, wo die da Luft sind und Salto machen die ganze Zeit. Ja, genau richtig. Und man weiß nicht wer von denen schießt am Ende. Ist immer wie mit den drei Geschwistern. Der hat sich doch auf die Latte gestellt, um herauszufinden wer stimmt. Ja, genau so ist es. Boah. Stimmt so. Alter, dieser Anime da war so crazy, Alter. Ich liebe ihn immer noch. Okay. So einen Scheiß kann man sich merken. Aber nicht wer die ganze Bundeskanzler war. Der Bundeskanzler? Alter, ich würde Mario als Bundeskanzler wählen, weil der ist so ein geiler Torwart. Der muss ja was können, Alter. Aua. Der ist ran. Der geht auf... Das Schlimmste ist ja, dass du auch das Intro halt komplett noch im Kopf hast. Ja. Das ist halt gleich das nächste. Total. Es ist wieder ein neuer Tag zu Ende. Und bevor man nach Haus geht. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Und der Barry, der schießt heute kein Tor. Tor. Wie kann man es nicht sagen, was er gesagt hat. Das ist so gut, ey. Ohi, Ball, nein. Ich habe die ganze Box mit dem ganzen Anime deutsch synchronisiert bei mir. Geil. Ich bin so happy. Müssen wir irgendwann mal zusammen gucken. Ich muss dich raus. Ja, Zellers, unbedingt. Ach Gott. Die ganze Serie? Die ganze Serie, ja. Die Folge sind das? Ich glaube, 20? Ich steige morgen in den Zug. Ne, das sind mehr Folgen, glaube ich. Ne, so viele sind das gar nicht, glaube ich. Es sind nicht so viele deutsche Synchronisierte, muss man dazu sagen. Also es hat irgendwann einen harten Cut bei uns gehabt dann in Deutschland. Puh. Das war ein anstrengendes Match. Ja. Der Teufelsdreier war das geilste. Oh Gott. Das war einfach der Moment, wenn du noch einen Joghurt im Kühlschrank hast und die drei Geschwister sich drum streuten. Ja. Und dann musst du dich auf den Kühlschrank stellen, um so rauszufinden, wer jetzt den Ball drin ist. Der hat bei mir einen 32er Ping und rot. Das ist doch eigentlich voll gut. Ja, der ist zu gut. Der zählt als Chief. Ich bin zu gut. Mein Ping ist zu niedrig. Ich hänge quasi am Switch dran bei Rocket League. Hoch ist immer gut. Hoch ist immer gut. Neu ist immer besser. Und rot ist bekanntlich ja eine gute Farbe. Das heißt Stopp. Ach Barry, jetzt hast du dich mal so reingekriegt. Ach. Ja, du hast mich gerade geschubst, sonst wäre der drin gewesen. Achso, natürlich. Okay, dann bleibe ich jetzt stehen. Ja, wir haben schon wieder hergeschubst. Gewalttätig. Gewalttätigkeit näher gegen den Patschen ab. Unverschämt. Und der Barry, der schießt heute keinen Ton. Ton. Hoffentlich denke ich dran, das Video so zu nennen. Das ist so schön. Oh, herrlich. Oh Gott. Gibt's noch ne Anime aus Amila und Kickers, was wir singen müssen? Oh Gott. Wahrscheinlich Digimon, aber mehr wirklich gar nicht. Ja, Digimon fand ich schon scheiße, als es noch nicht scheiße war. Die hatten geile Intros. Also ich fand von Digimon-Intros, die haben... Die haben die Geisten eigentlich. Die haben ziemlich hell. Geilste Intro hatte immer noch Michelle Vaillant, falls ihr das kennt. Nee. Nee. Nee, Michelle. Ich hab den Hicks nicht mehr. Ich glaub, das war aber schon. Oh. Wir müssen die Besten sein. Boah, ich wusste mir das schlecht. Ich muss mal ein Bild dazu mal rauslassen, weil ich hab keine Ahnung. Vom Song her wüsste ich ungefähr, glaub ich. Hör dir das mal an. Das ist geil. Der Name sagt mir. Das ist aber wirklich nicht gut gewesen. Nee, war es auch nicht, aber das Intro war geil. Oh, wie haben wir das denn gemacht? Ein bisschen voll scheiße. Wir sind voll scheiße. Nee, die. Die haben nicht getroffen. Ach so. Die sind auch nicht getroffen. Wir haben es auch nicht getroffen, aber wir haben nicht und ich getroffen. Verstehst du? Ah, okay. Ja. Gott. Der war gemein, Junge. Okay, gut. Ich geh wieder hinter. Das ist mit so riskant hier mit euch. Hey, Mann. Reicht nicht. Und der zählen los. Der kann kürzen. Ei. Jetzt hat es sprengt. Ja. Weißt du, wie oft ich so schön Leuten ausgewischen bin? Ich hab grad nicht gesehen, wer da kommt. Das ist einfach schon ein Reflex. Was sagtest du denn, wer ich war? Ich dachte, ein Gegner, der mich wegbouncen will. Vor allem bei blau deine Teamfarbe. Ich hab halt nach hinten zu dem Ball geguckt. Also nach vorne in dem Fall. Und dann einfach nur ne Bewegung vor mir gesehen. Und da kam halt die Reaktion aus den Fingern einfach. Ich wollte doch noch Hallo sagen. Nein. So ne Dark Souls Reaktion. Was ist falsch? Schnell ausweichen, wenn du rauskommst. Ja, genau. Einfach erstmal ausweichen. Einfach ausweichen, ja. Oh, hab ich den Exhaust wieder versämmelt. Lüge. Du musst aufpassen, dass du nicht zu viel ausweichst, weil du hast nur begrenzt Ausdauer. Ich hab dafür Schläge bekommen. Ich hab ihn noch. Oh, oh, bumm. Ne. Welche, die Intros, die ich auch noch Geld fand, aber das war, die waren ja Schnurzlicht, die, das waren die Detektiv-Konnen-Intros. Die waren eigentlich auch nicht schlecht. Die waren auch nicht schlecht, aber die, die waren ja so ein bisschen Schnurzlicht, so ein bisschen in tragische Romantik-Zongen. Heute wird es schrecklich. Waren die so ungefähr, ja. Ja, klar. Ich glaube, das waren sie. Genau. Früher war ich ein Teenager, als bin ich ein Junge. Echter Junge. Echter Junge. Echter Junge. Sehr gut. Könnt ihr jetzt mal aufhören, hier jeden verdammten Ball zu halten? Ey, ihr seht vor. Mary, du ehlender Abstauber. Ja. Der kannst dich nicht sein lassen, ey. Ne, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Hauptsache drüben. Guck mal, wie er noch Gas gibt. Komm schon. Er war zu 100% safe. Nein. Ich muss doch nur mal sichern gehen. Ich find's aber richtig. Lieber so, als wenn er dann nicht drückt. Ah, ah. Das ist mal geil. Das ist der Storyaufbau. Ja, das ist Charakterentwicklung. Ja, genau. Der dritte Season mit Mary dann arrogant und geht zum FC Bayern. Oh, das ist nicht gut. Oh, der ist eklig. Der ist eklig, der ist eklig. Es gab ja sogar eine Folge, wo der Kevin von Kick is high, baby. Hallo, ich wollte dich küssen. Oh, geil. Du willst mich küssen. Doch das geht mir zu schnell. Du solltest wissen. Ich bin intellektuell. Ja, geil. Oh Gott. Ich bin tot. Warum macht da niemand was? Ich hab mein Bestes gegeben. Der hat den Zornbild, das hat mich zu verirgert. Aber Agent Ripschill hat mich auch gehabt. Voll, wir stehen alle wieder drei davon. Ja, vor allem ihr drei. Ihr spinnt da rum und ich werde im Tor getötet. Das ist so dumm. Ihr seid solche Pfeifen. Dafür bin ich da. Ich wollte nur vorhin erwähnen, es gab doch einmal eine Folge, wo der Kevin von den Kickers an der Stelle arrogant wurde und zu einer Profimannschaft gejoint ist und instant versagt hat. Keine Ahnung. Ich weiß es noch. Ich bin nicht in der Logo. Ich fand das war eine gute, so eine Anti-Barry-Folge. Die würde ich dem schicken, so. Per DVD. Jetzt schieß doch mal die Ball weg. Ich fühlte schlecht in diesem Spiel über Arroganz zu sein. Oh Gott. Achtung. Ball. Eigentor. Wenn der Endboss der eigene Teamspieler ist. Wenn der Endboss auf deiner Seite ist. Und spielbar ist. Warum löscht die ganze Zeit Bossmusik? Oh, Virtually. War ich nicht. Ich werde hier gehüpft und gesprungen und keine Ahnung. Ja, war ich nicht. Oh, jetzt leckt es auch ein bisschen schön. Ja. Das leckt schon die ganze Zeit irgendwie. Bei dir. Jetzt leckt es richtig. Ich habe auch keinen roten Ping mehr. Vielleicht liegt es daran. Möglich. Ich habe jetzt noch einen grünen Ping. Ja. Schade. Boah, die fahren auch immer alle auf der gleichen Stelle. Ja. Genauso scheiße wie ich. Und ein anderer. Genauso scheiße wie ich. Geht's vor. Usch. Geht's vor. Hier hat der schon rumgeklapst. Es gilt 1-1. Okay, okay. Du kannst ein Tor machen und dann kannst du ihn wieder rumklapsen. Okay. Und dann gibt es auch deine Banane irgendwann. Irgendwann. Das ist dehnbar. Das ist weit dehnbar die Aussage. Oh Mann. Ich habe versucht den Ball zu treffen. Triff mal einen Ball in der Luft, wenn du leckst wie so ein Stück Schlamm. Oh, ich habe es versucht, aber das sah ein bisschen länger nicht aus. Ich konnte da nichts mehr machen. Ich habe ihn reingeschoben am Ende ja. Egal. Ja, das war schon mein Ding. Hauptsache vorher. Egal. Hauptsache Spanien, ne? Hauptsache Spanien. Next. Ach. Der wäre fast dringend gewesen. Äh, Genfi. Äh, Genfwo. Irgendwann Banane. Aber. Boah, ist das leckt so heftig. Das ist... Ich treffe keinen Ball mehr. Ja, ich auch nicht. Also noch nie. Aber bei mir hat es vorher noch geklappt. Nein! Ne. Schade. Der Ball kommt in die Mitte. Ach. Abgeflischt. Der kommt nicht ins Ziel. Abgewehrt. Easy abgewehrt. Easy abgewehrt. Ja, das war schon trotzdem erschreckend. Hilfe, Hilfe. Oh, der hat ein cooles Outfit hinten. Äh, der Linke. Ja. Dann auch den mit dem Sombrero fand ich cool. Ja gut, manchmal soll es halt einfach nicht sein, ne? Ja. Und das sagen wir jetzt einfach mal. Wir wurden arrogant, jetzt müssen wir erstmal wieder... Schade. 70 Punkte. Was ist denn hier los? 72, hallo? 72. Ja, das wird abgerundet. Hast du nicht in der Schule? Schade gemacht. Doch war ich auch. Seit wann rundet man ab, ja? Ja. Na schon immer. In dem Falle nicht. Nur nicht, wenn es um Geld geht. Da wird aufgerundet. Da wird immer aufgerundet. Ja, immer. Na gut, also dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Oder lieber nicht. Also ich sag mal so, das wird uns nicht mehr besser. Wir müssen erstmal einen Trainer entlassen. Das dauert ein bisschen. Genau, und noch ein paar andere Personalien müssen gehen. Ich werde demnächst nicht mehr verfügbar sein, ich werde gefeuert. Ein Glück, ey. Also dann, bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao. Frohe Weihnachten.